Macht Spaß, ja? Ist ja lustig. Versuch du mal auf einem Bein durch diese scheiß Landschaft zu rumpeln. Scheiß Hügel überall. Und was soll das? Warum verschwenden wir unsere Zeit beim Kuchenessen bei dieser Widerstandswitte? Was hast du gegen Kuchen? Wir werden auffliegen. Es wird auffliegen. Es ist sicher, Thomas. Wir sind sicher. Sie werden kommen. Das ist schon so. Die Amis überschwenden die Westfront. Die haben Besseres zu tun, als drei Soldaten zu jagen. Was ist, wenn sie Deutsch spricht? Habt ihr schon mal daran gedacht, dass während ihr hier um Kopf und Kragen redet, die Widerstandswitte hier jedes eurer dämlichen Worte mithören könnte? Ist das wahr? Willst du uns wohl was dumm verkaufen, oder was? Kleine Ruhe. Die haben sich das Köpfchen neben uns. Genug. Thank you. Please. You've done enough. Sit down. Your husband was a pilot. My son. Brave boy. I've never been much for the heights myself. What was his name? Madame. What was his name? Maxime. His name is Maxime. I've seen this before. What is it? Nothing. Nothing? This engraving. It was a gift. From your son. Pilot and Carpenter. These were painted on the hulls of the burnout fighters we would pull from the sea. I'll show you your room.